Servus und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Wir sind hier heute nicht nur mit einem brandneuen Auto und einem neuen Video für euch da, sondern haben auch noch ein ganz neues Format für euch. Wir haben uns nämlich gesagt, wir wollen die Autos nicht mehr einfach so stumpf vorstellen, sondern da so ein bisschen Konzept hinterbringen und haben uns deswegen acht Kategorien mit jeweils fünf Punkten überlegt, so dass am Ende quasi eine Ranking-Liste mit allen Autos entsteht, die wir jemals getestet haben und ihr auch einen absoluten Vergleich zwischen den Autos habt. Ja, und wie ihr euch schon bereits sehen konntet, haben wir hier heute den neuen i20n, den haben wir dankbarerweise von der Delta Automobilgruppe aus Wiesbaden zur Verfügung gestellt bekommen. Dazu später aber nochmal mehr, da gibt es nämlich aktuell ganz nette Angebote, was den i20 angeht. Aber zunächst einmal rein zur Optik, das zählt jetzt noch nicht in die Kategorie rein, aber einfach für euch, dass ihr da ein Verständnis für habt, wo ist der Unterschied zum normalen i20, da haben wir auch schon ein Video dazu gemacht, das verlinken wir euch auch gerne nochmal, das könnt ihr euch gerne anschauen, aber erkennen tut man den i20n vorne an dieser roten Lippe hier unten und der Grill ist nochmal etwas sportlicher und natürlich hier vorne dem n-Logo. Ansonsten an der Seite haben wir natürlich die n-typischen Felgen mit den roten Bremssätteln, gefällt mir vor allen Dingen hier in der Kombination mit dem weißen sehr gut. Der rote Strich zieht sich dann an der Seite weiter und wenn du dann einmal noch mit rumkommst, haben wir natürlich hier am Heck, die spannendste Seite meiner Meinung nach, denn wir haben hier unten einmal das dicke Endrohr und ansonsten beim i20 hatten wir das ja auch schon, dass dieser Lichtzug hier durchgezogen ist, der ist jetzt aber quasi klar, weil der war ja vorher komplett rot, das gefällt mir deutlich besser. Zum Abschluss haben wir hier oben noch den Spoiler. Ich finde persönlich das Auto von hinten deutlich attraktiver als von vorne, weil es hinten nochmal bulliger und sportlicher aussieht, aber auch von vorne gefällt er mir sehr gut, weil er sehr dynamisch und frech aussieht. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal in unsere erste Kategorie rein und zwar die Alltagstauglichkeit. Und dazu haben wir uns jetzt gerade mal reingesetzt, weil das Wichtige ist natürlich erstmal eine klassische Situation in der Stadt, Parken, Übersicht, ETC und dadurch, dass wir hier ein sehr kleines Auto haben, muss man sagen, die Übersicht ist sehr gut. Nach vorne kann ich das Auto relativ gut einschätzen. Mit den Spiegeln komme ich auch gut zurecht. Es gibt kaum hier einen toten Winkel. Nach hinten die Scheibe, die ist nicht ganz so groß, aber ich kann euch das einmal zeigen, wenn ich hier den Rückwärtsgang einlege, ist da die Rückfahrkamera und wenn ich einlenke, lenkt das ganze Ding auch mit. Und daneben haben wir auch noch die Park Distance Control. Bevor wir hier vorne weitermachen, springen wir jetzt einmal kurz nach hinten zum Kofferraum, weil das zählt natürlich auch dazu, wie viel kann ich mitnehmen, wie viel passt da hinten rein. Hier hinten im Kofferraum ist es jetzt nicht unbedingt die größte Stärke vom Mi20. Wir haben jetzt extra mal hier was drin liegen lassen, eine kleine Kameratasche und den Rucksack. Ich habe hier auch noch einen weiteren Rucksack, den man hier noch reinstellen kann. Also so ein Umzugskarton oder zwei Wasserkästen werden hier wahrscheinlich reinpassen. Ansonsten haben wir auch noch die Option, hier unten drunter ein bisschen mehr Kofferraum zu gewinnen. Das sind jetzt aber nur noch mal zehn Zentimeter, die wir mehr Stauraum gewinnen. Ist besser als nichts, aber ist einfach nicht die Stärke vom Mi20. Aber ich denke, das ergibt sich halt auch von selbst. Dafür ist vorne einfach noch mal ein bisschen Stauraum in der Klasse. Und ich würde sagen, wir springen jetzt auch direkt wieder nach vorne. Vorne ist es auch super. In alle vier Türen passt eine normale Wasserflasche rein. Ist auch extra vorgesehen, so eine Halterung. Hier vorne können wir unser Handy noch reinlegen und induktiv laden. Die Sitze hinten hat man im Verhältnis zum Polo deutlich mehr Kniefreiheit. Wir wissen nicht ganz, woher das kommt. Wahrscheinlich ist das Auto einfach ein bisschen anders gebaut. Wir sitzen jetzt auch nicht super weit vorne, aber hinten ist schon noch mal ordentlich Platz. Also da hält man es auch für eine längere Fahrt aus. Alltagstauglichkeit ist natürlich immer so ein gewisser Zwiespalt. Auf der einen Seite braucht man ein kleines Auto, um in der Stadt irgendwie gut voranzukommen. Auf der anderen Seite möchte man natürlich viel mitnehmen können und auch die Möglichkeit haben, viel unterzubringen. Deswegen ist diese Kategorie, sage ich mal, sehr schwer, da volle Punktzeit zu erzielen. Wir haben uns jetzt entschieden, hier dem Mi20N drei von fünf Punkten zu geben, weil für die Klasse kann man hinten sehr bequem sitzen. Man hat hier vorne sehr viele Möglichkeiten, was unterzubringen. In den Kofferraum passt nicht so viel, deshalb auch nur drei Punkte und ich meine, es ist halt auch nicht kein i30, kein Golf. Also da wäre hinten auch einfach noch mal insgesamt ein bisschen mehr Platz und deshalb gibt es von uns drei Punkte. Jetzt kommen wir zur eigentlich entscheidenden Kategorie vom i20N und zwar ist das die Fahrdynamik, denn das Auto ist ja durch sein Kürzel quasi dafür gebaut worden, um ein bisschen sportlich unterwegs zu sein und man muss auch sagen, man merkt es sofort. Also sobald man den N-Modus reinlegt, hängt das Auto extrem gut am Gas, wenn man halbwegs bei höheren Drehzahlen unterwegs ist und auch in den Kurven. Also wir sind hier gerade in der Autobahnauffahrt, es ist jetzt relativ viel Verkehr, deswegen können wir heute leider nicht so viel Gas geben, aber allgemein muss man sagen, das Auto macht super viel Bock. Also wir sind zwar auf der Autobahn, Autobahn ist aber nicht so das Hauptterrain des i20N, denn da geht ihm natürlich obenrum einfach irgendwann die Leistung aus. Besonders cool ist es, wenn ihr bei euch um die Ecke irgendwie coole Landstraßen habt. Die relativ eng sind mit vielen Kurven, das ist genau das, was der i20N liebt. Scharfe Kurven, Bremsen funktioniert super, einlenken und wieder rausbeschleunigen und das in Kombination mit dem Sound ist einfach ein richtig geiles Gesamtpaket, das kann man nicht anders sagen. Aber trotzdem der vollständigkeitshalber nochmal ein paar harte Fakten. Der i20N schafft es in 6,7 Sekunden auf 100, das ist nicht zu verachten, das ist jetzt nicht raketenschnell, aber für die Klasse an Auto ist das eigentlich echt in Ordnung. Maximal sind dann 230 drin und das fühlt sich dann in dem kleinen Auto auch schon richtig schnell an. Ansonsten kann man vielleicht noch sagen, das Auto wiegt nur knapp über eine Tonne, also 1,2 Tonnen oder sowas. Also deswegen fühlen sich diese 200 PS da auch vielleicht ein bisschen mehr an. Das ist natürlich nicht so krass wie in einem i30N, wo man DSG hat, Kickdown gibt und das sofort vorschiebt. Hier hast du immer ein Stück weit eine Verzögerung, weil du halt selbst schalten musst, aber ich finde das eigentlich ein Vorteil für das Auto, was vor allen Dingen einen Pluspunkt in der Fahrdynamik bringt, weil man noch am Arbeiten ist mit Kupplung, ETC, allem und drum und dran. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wisst, aber einfach sonst nur nochmal für euch. Das ist hier ein Vierzylinder, weil zum Beispiel im Fiesta ist ja schon ein Dreizylinder drin, das finde ich auch ganz geil. Dadurch klingt das Ganze auch nochmal so ein bisschen voluminöser. Und eine Sache noch, wir haben hier das End-Performance-Paket, das heißt, wir haben auch eine Differenzialsperre an der Vorderachse, heißt, wenn man in der Kurve ordentlich aufs Gas latscht, dann zieht einen das Auto so richtig schön aus der Kurve raus. Man muss aber beim reinfahren und reinbremsen aufpassen, denn das Auto hebt dann doch ganz gerne mal in der Innenseite hinten das Beinchen, aber man merkt doch schon, dass das Auto sehr leicht auf der Hinterachse währt und im End-Modo schaltet er auch auf ESC Sport. Da sollte man also ein bisschen Ahnung haben, was man macht. So, um jetzt nochmal ein Fazit zu ziehen. Wir geben dem Auto vier von fünf Sternen, weil wir der Meinung sind, für fünf Sterne brauchst du dann doch nochmal ein bisschen mehr Leistung, dass man auch auf der Autobahn, sag ich mal, ganz oben dazu zählt. Aber für 200 PS sind vier Sterne schon extrem gut, weil einfach die Leistung bei dem Auto nicht unbedingt zählt, sondern der Spaß zum Vordergrund steht. Wir haben hier einen Handschalter mit der Differenzialsperre, in Kurven, mit dem N-Modus, mit dem Sound. Das ist so ein sauberes Gesamtpaket, dass wir hier ganze vier von fünf Sternen vergeben. Wir schauen uns jetzt mal das Entertainment hier im i20 N an. Wir haben ja schon ein Video zum i20 gemacht, da sind wir auch im Detail drauf eingegangen, aber nur nochmal das Wichtigste. Wir haben hier das klassische Hyundai Blue Link System hier vorne. Was hier besonders ist, wir haben nochmal den N-Modus, wo man sich die sportlichen Fahrsachen anzeigen lassen kann. Öltemperatur, Motortemperatur, Schub und hier kann man dann auch die Custom Modis belegen. Außerdem haben wir hier auch die Möglichkeit, die Launch Control zu aktivieren. Also alles ganz coole Features, wenn man mal ein bisschen sportlich unterwegs ist. Leider müssen wir sagen, dass hier in dem Wagen das Betriebssystem, wie man jetzt sieht, manchmal so ein bisschen hängt und so eine Sekunde, wie man sieht, braucht. Im letzten i20 war das nicht so, deswegen wissen wir nicht ganz, woran das liegt. Haben wir jetzt mal dementsprechend auch so mit einberechnet, damit wir wissen, dass es theoretisch auch besser funktioniert. Im Dunkeln haben wir hier auch Ambientebeleuchtung. Diese ist allerdings nur in den Türgriffen, also hier und hier unten in der Ablage, in der Tür und ein bisschen an den Füßen. Die ist nur blau, die lässt sich auch nicht verstellen und ja, deswegen, das ist jetzt nicht unbedingt ein Pluspunkt, aber cool, dass es immerhin da ist. Was ich besonders cool hingegen finde, ist das Cockpit hier hinterm den Grad. Da blenden wir euch jetzt auch mal ein, was für verschiedene Animationen es gibt. Besonders auch, wenn man die N-Taste drückt, haben wir so eine coole Animation. Ich weiß nicht, ob man es im Video hört, wenn man sie jetzt drückt, dann geht auch direkt die Klappe auf und wir haben die wichtigsten Informationen, wie Öl, Temperatur, Motortemperatur auch direkt daneben eingeblendet. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ansonsten, was das Einzige, was noch zu erwähnen wäre, wäre halt, wie gesagt, diese N-Knöpfe, die man hier frei belegen kann. Also normal ist das hier der normale N-Modus und Custom-Modus. Man kann aber auch mit dem einen Knopf die Fahrmodis durchwählen und mit dem anderen den Custom-Modus belegen. Ansonsten, diese coole rote Taste hier im Lenkrad, das ist leider nicht die Funktion, um das Auto oder der Knopf, um das Auto zu starten. Damit kann man das Rev-Matching an- oder deaktivieren. Das heißt, beim Runterschalten gibt das Auto dann aktiv Zwischengas. Im Gesamten haben wir uns jetzt überlegt, vier Punkte von fünf zu geben, weil es ist nicht besonders aufregend, vor allem hier in der Mitte nicht, aber es funktioniert sehr gut. Apple CarPlay geht zwar auch nur mit Kabel, aber ist an Bord, benutze ich sowieso meistens, wenn man in einem Auto unterwegs ist. Und das Cockpit und diese Knöpfe lassen das kleine Auto sehr hochwertig wirken und es macht auch Spaß, damit zu spielen. Und ein Punkt, der vielleicht auch noch wichtig ist, den habe ich gerade gar nicht erwähnt, ist die Klimaautomatik, denn das sind noch Knöpfe und Schalter. Das heißt, die kann man sehr schnell bedienen und findet auch alles direkt. Deshalb gibt es von uns in dieser Kategorie vier Punkte. Neben dem, dass man hier alles relativ einfach bedienen kann, fest sich auch alles relativ schön an und sieht auch sehr gut aus. Unsere nächste Kategorie, die Qualitätsanmutung und Verarbeitung, dreht sich nämlich genau darum. Und wenn wir hier mal beim Lenkrad beginnen, das ist so schön mit Leder bezogen, es hat einen relativ dicken Kranz. Hier an der Tür ist die wichtigste Stelle, die man anfasst, auch beledert. Ansonsten haben wir natürlich typisch für die Autos aktuell sehr viel Hartplastik und hier auch reines Plastik, sage ich mal, was nicht mehr so offenporig ist, sondern einfach hier verkleidet, auch in der Tür, wo die Boxen sind. Trotzdem gibt es ein, zwei Sachen, die vielleicht besser sind als in einem anderen Auto. Zum Beispiel haben wir belederten Schallknauf, der Schallknauf, sage ich schon, belederten, äh, beledert, eine belederte Handbremse und einen relativ schicken Schallknauf und den Sitzen, die sehr schick aussehen und in denen man auch eigentlich sehr bequem sitzen kann, auch auf längeren Fahrten, haben wir uns jetzt entschieden, drei Punkte zu geben, weil es ist nun mal aktuell irgendwie so Standard, dass da viel Plastik ist, aber trotzdem das, was man in der Hand hat, was man bedient, fässt sich alles sehr gut an und ist auch sauber verarbeitet, knarrt es nicht und deshalb, wie gesagt, drei Punkte. So, unsere nächste Kategorie ist die Preis-Leistung. Wie ihr euch wahrscheinlich schon denken können, wird der Hyundai da relativ gut abschneiden. Das lässt sich auch ganz einfach in Zahlen belegen. Der Hyundai hier in der Basis ohne End-Performance-Paket fängt bei 25.000 aktuellem Konfigurator an und mit End-Performance-Paket bei 27.000 Euro. Wenn ich jetzt hingehe und mich bei allem durchklicke, viel ist es nicht, man kann noch zwei Pakete wählen und noch eine Farbe für etwa 400, 500 Euro, dann landet man maximal laut Konfigurator bei 30.000. Ich weiß, beim Händler wird man wahrscheinlich etwas günstigeres bekommen, aber wir vergleichen jetzt mal die Konkurrenzmodelle mit dem Konfigurator, weil das jetzt die schnellste und einfachste Möglichkeit ist. Da ist es nämlich so, dass der Polo erst bei 30.000 anfängt und der Fiesta ST fängt bei 28.000 Euro an. Das heißt, beide anderen Autos fangen da an, wo ich den i20 quasi maximal hinkonfigurieren kann. Und deswegen, rein objektiv muss man sagen, Preis-Leistungs-mäßig gewinnt der absolut seine Klasse. Das spricht recht wenig für die anderen. Aber auch absolut, wo unsere Kategorie erzielt, muss man einfach sagen, für Basispreis 25.000, kriegt man extrem viel Fahrspaß, man kriegt einen super coolen Sound. Und dadurch, dass er noch handgeschaltet ist, sag ich mal, ist es noch so richtiges Autofahren, irgendwie kleines Auto, Handschalten. Also mir persönlich liegt es super und mir macht es super viel Spaß. Und deshalb haben wir uns auch entschieden, dem Hyundai i20 N in der Kategorie Preis-Leistung volle fünf Punkte zu geben. So, gerade haben wir noch über die Sitze gesprochen, dass man daran eigentlich relativ bequem sitzt. Es ist auch so im ersten Moment. Wenn man jetzt aber wirklich länger damit fährt, du kannst halt nicht im Sitz irgendwie die Lendenstütze oder sowas rausfahren oder die Kopfstütze verschieben. Es geht alles manuell. Man kann den Sitz hochpumpen und die Lehne verstellen. Für mich jetzt kein großes Problem, aber ich wollte es mal erwähnen, es gibt bestimmt komfortablere Autos. Auch für später die Bewertung, dass man das verstehen kann. Und das Fahrwerk lässt sich auch nicht verstellen. Man kann zwar im Custom-Modus viel einstellen, das Fahrwerk aber nicht. Das ist relativ hart. Ich finde es noch nicht unangenehm. Ich kann mir vorstellen, dass das hinten nochmal härter ist. Ja, wenn dann auf der Autobahn Querrillen sind, dann merkt man das halt dann doch schon. Aber trotzdem, komfortable Features haben wir ja auch. Wir haben nämlich Lenkradheizung, wir haben vorne Sitzheizung und wir haben sogar Hintensitzheizung und das finde ich echt krass, weil das ist nicht mal bestellbar in einem Polo. Und hier ist es zwar auch aufpreispflichtig, aber es ist trotzdem so cool, dass man es bestellen kann. Ich weiß zwar nicht, wie oft man es braucht, aber ich finde es einfach krass für die Klasse, dass Hyundai das auch verbaut. Und auch im Thema Komfort ist es auch, die Musikanlage ist sehr gut. Also auf langen Strecken, wenn man mal nicht nur dem Sound des Autos zuhört, kann man hier auch relativ gut so normale Musik hören. Und weil, wie gesagt, es nun mal ein Kleinwagen ist, der sehr straff abgestimmt ist, haben wir uns jetzt überlegt, das Nonplusultra ist nun mal eine S-Klasse in der absoluten Wertung. Und deshalb gibt es von uns zweieinhalb Sterne, weil es geht schon noch deutlich straffer und weniger reisetauglich. Von daher geben wir in der Wertung Komfort zweieinhalb Punkte. Offiziell schafft der i20N einen Verbrauch laut WLTP von, glaube ich, 7,1 Liter. Das ist auch schon, sag ich mal, ordentlich für so einen Kleinwagen. Aber das war beim i30N auch schon so. Es sind beide Autos, die man nicht unbedingt sehr sparsam bewegen kann. Vor allem, weil sie auch so dazu verleiten, dass man ein bisschen zügiger fährt. Also wir haben jetzt in drei Tagen Test einen Schnitt von 10,2 Litern gehabt. Das schafft man aber auch deutlich wahrscheinlich noch drunter. Nur es ist halt einfach eine Sache, wie fährt man und wie schwer ist der rechte Fuß. Der i20N hat einen Tank von 40 Litern. Das heißt, umgerechnet kommen wir in etwa 400 bis 600 Kilometer weit. Je nach Fahrweise. Das erwähnen wir jetzt einfach nur der Vollständigkeits- kalber, weil das bei E-Autos ja immer so ein Ding ist und dass man da mal vielleicht einen Vergleich hat. Weil das, wie gesagt, für einen kleinen Wagen jetzt nicht sonderlich sparsam ist, können wir da jetzt auch nicht mehr als zwei Punkte geben. Heißt, weitere zwei Punkte für den i20N. Für unsere nächste Kategorie haben wir uns mal hier hinten niedergelassen. Die ist nämlich Sound und Emotion und die spielt hauptsächlich hier hinten und zwar bei dem schicken Endrohr, das wir da auf der einen Seite haben. Soundtechnisch blenden wir euch jetzt mal kurz ein Clip ein. So, wieder zurück. Ich hoffe, euch hat der Sound gefallen. Also uns gefällt er auf alle Fälle. Er ist ein bisschen anders als im i30N. Er ist nicht ganz so blechern. Er ist tatsächlich fast ein bisschen dumpfer und er knallt auch nicht so zweimal verschieden. Weil im i30N war das so, der hat so bei 3000 Umdrehungen hat er das klassische Plöppeln gehabt und bei 5000 Umdrehungen hat er noch mal so einen richtigen Knall, so was halt, was wirklich extrem laut war. Das hat der hier nicht. Er hat so um 4000 hat er so ein Plöppeln und das kann man sehr, sehr gut provozieren. Also wenn einem das Spaß macht und man gerne so durch die Stadt rumfährt, dann funktioniert das schon sehr gut. Sei aber gesagt, es ist nicht ganz so extrem wie der i30N, aber in seiner Klasse ist er damit absolut noch Spitzenreiter. Neben dem Sound zählt zu Emotionen natürlich auch noch das restliche fahren und das ist dadurch, dass wir hier so kleine Schalensitze drin haben, der handgeschaltet ist, wir die Tasten am Lenkrad haben, ist das Auto insgesamt sehr emotional gestaltet und auch, ich finde auch optisch außen, gibt das Auto viel emotional her. Deshalb haben wir uns entschieden in der Kategorie 4 von 5 Punkten zu verteilen. Nicht ganze 5, weil ein i30N zum Beispiel einfach noch mal einen Tacken lauter ist. Der hat zwar DSG, man kann ihn auch immer noch mit als Handschalter bestellen, aber insgesamt ist er dann doch noch mal das emotionalere, lautere Auto. Ja und gewisse Puffer nach oben brauchen wir noch, weil ich sag mal so im Auto-Universum gibt es dann doch noch das ein oder andere Auto, was dem noch etwas oben drüber steht. So, wir haben jetzt hier noch mal die Location gewechselt und wollen jetzt hier noch mal ein Fazit ziehen. Uns hat das Auto extrem viel Spaß gemacht, es ist extrem spritzig, es bereitet viel Freude, es hat einen coolen Sound, es ist halbwegs alltagstauglich, weil es nicht so groß ist, innen die Sitze sind mega geil und ja, also da bleibt uns eigentlich nur noch übrig, euch die Gesamtwertung einmal einzublenden. Das sind insgesamt 27,5 Punkten von möglichen 40 und wenn man den Durchschnitt an Punkten ausrechnet, sind es aufgerundet dann auf halbe Punkte, dreieinhalb Punkte. Finde ich für so einen Kleinwagen extrem gut, da braucht er sich auf alle Fälle vor anderen Autos nicht zu verstecken und an alle da draußen, die sich für so ein Auto interessieren, schaut gerne mal bei Delta Automobil vorbei, die haben nämlich schon ganze 300 Stück bestellt, ihr kriegt bei denen einen super Preis und dadurch, dass sie schon bestellt sind, könnt ihr das Auto theoretisch schon ab Juli oder August bekommen, denn aktuell sind normal bei normaler Bestellung etwa zehn Monate Wartezeit einzuplanen, von daher für euch eigentlich nur ein guter Deal, wenn ihr Interesse habt und ansonsten schreibt gerne die Meinung mal in die Kommentare und ich würde sagen, wir sehen uns ansonsten beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal.